Ja, aber darf ich, also die Frage kann ich nicht informulieren. Warte, sie sieht hübsch aus. Was nehmen wir mit rein? Versuche ich, ihn zu formulieren. Nee. Ja, ich finde die Fragen doof. Ist das noch bescheuert, wenn ich, oder was? Nie. Mehr Katzen. Katzen sind flauschiger. Katzen sind immer sauber und Katzen riechen nicht. Ja, als ich 8 war oder so, ich hatte Meerschweinchen und ich wollte wissen, wie das schmeckt. Es schmeckt ziemlich flau. Das war eine Enttäuschung. Das Meerschweinchen, oder? Das war eine Enttäuschung. Das war eine Enttäuschung. Das war eine Enttäuschung. Das war eine Enttäuschung. Untertitelung des ZDF, 2020